ach so warte mal habe ich viele hast im kopf ich glaube ich schon habe ich schon ich habe jetzt eine blaue sache und das ist meine teure armenbrust jetzt ist komisch der ernst rein ich weiß uns auch nicht wollen damit so haben die denn in der zeit wo hatte ich das hingepackt genau okay ich habe noch giftdrüsen ich glaube das habe ich hier unten gehabt alles ich wollte ja mal was ausprobieren zwar erst mal hier 15 brauche ich 14 habe ich okay ich würde vielleicht ach so damit welchen empfänger aber was kriege ich dann dann wenn ich das machen ich nehme mal die katrice ja und sage ach so geht nicht weil ich muss das ist dann vom gleichen paar oder was ich die nehme muss ich vier davon flauschiges schild level 2 verstehe ich das richtig gutherziger fehlendrache also müssen wir von dem gleichen dann fangen wenn ich es richtig kapiere na gut dann geht der plan ja gar nicht so auf ich dachte weil dann weiß ich bescheid wir müssen torte machen und meine zuchtfarmen weiß ich immer noch nicht wohin damit ehrlich gesagt komm ich helfe dir mal eben ich glaube manchmal nimmt er sich sonst deck jetzt auch vorbei und versuchen den zu transportieren so holz habe ich auch dabei ach so und b4 ich mache meine hütte würde ich mich mal noch kurz so ein bisschen schönheit kümmern ich habe keinen stoff ich habe so viel wolne ne so ich meine ich habe Guck mal, Level 25 habe ich hier jetzt angepeilt. Und mit dem Bereich, wo ich da die ganze Zeit bin. Klappt das ziemlich gut, XP-mäßig. Das war dieser riesige Teppich, ne? Aber eigentlich auch gar nicht so kacke. Ja, damit levelt man auch. So, ähm, in meiner Welt. Äh, ich habe keinen Klo, aber ich habe einen Sofa. Das ist natürlich gut. Ich hätte einen Handtuchhalter. Warum bricht der denn jetzt richtig rum? Eigentlich so rum, ne? Tabletta nicht mal in Waschbecken, merke ich gerade. Ja, so rum ist das richtig. So, dann hätten wir... Warte, warum ich den jetzt brauche, weiß ich allerdings nicht. Ich meine, wir haben da einen dicken Vorhang. Könnte aber eine schicke Frisierkommode noch hierhin tun. Jedes Mal ein Raum. Die Base muss nicht praktisch sein, die muss schön aussehen. So. So. Sehr schön. Sehr schön. Da fühlt man sich doch gleich wie zu Hause. Ähm. Theoretisch könnte ich... Ja, da habe ich bis auf Holz und Dings gerade nicht so viele andere Strukturen, ne? Luga hat keinen Sattel, aber im Badezimmer. Ja, das hast du richtig erkannt. Das hast du richtig erkannt. So bist nicht du, solange du kein Badezimmer hast. Keine Ahnung. Ich baue gleich einen Sattel, okay? Ich muss nur noch gucken, mit was ich fliegen will. Mit vielleicht mit diesem... Oh, mit Haar fängt der an. Ich komme heute auf den Namen nicht. Aber ich muss gucken, ob ich den Sattel für den freischreiten kann. Nightwing müsste ich... Müsste ich haben und können. Mit Nightwing kämpfe ich allerdings nicht so gerne. Tatsächlich. Ich weiß ja nicht, wer drauf steht, aber... Man kann jetzt beim Duschen zugucken. Momo vielleicht? Also, wenn Momo duschen ist, kann ja jemand, Momo zu gucken, der duscht der immer sehr lange. So. Dann würde ich erst mal ein bisschen Grün hier reinknallen und dann haben wir das erledigt. Wir können natürlich auch einen Kamin hier reinstellen. Aber das fände ich ein bisschen übertrieben. Wenn man mich fragt. So. Zack. Hab auch noch nicht mal ein Dach. Aber ist wurscht. So. Ich meine, wer es mag, ne? Ich meine, wer es mag, ne? Oh, das sieht ja voll schön aus. Na gut, der kommt jetzt hier auch noch hin. Wusste nicht, dass ich das aufkomme. So, also wir haben jetzt ein Badezimmer mit Schlafcouch, mit Sessel, mit Kaffeetisch. Einer Badewanne. Einen Schminktisch. Einen Schminktisch. Einen Schminktisch. Einen Schminktisch. Irgendwie nervt mich da was. Ja. Wir müssen ja wenigstens so tun, als wenn wir hier praktisch was haben. So, haben wir das auch erledigt. Toll. Toll, toll, toll. Und ich muss die Wand nicht abreißen. Das einzige, was so problematisch ist, ist hier der Holzboden. Der eine. Das ist natürlich weniger gut. Aber... Das passt schon. So, hallo, was ist denn los? Kann ich helfen? Das ist klar. Kann man mal machen. So, Stoff muss noch hier hin. Haben wir... Ähm... Ja. Ich betrete immer so meine Wohnung. Hallo? Wer läuft so nicht durch sein Haus? Ach, noch ein Buschi. Ach, Mann. Katastrophal. Das ist nicht das, was ich mir erhofft hab. So. Bonus Lava. Ja, genau. Genau so ist das. So, feine Axt. Alternative. Kacke. Überlege gerade. Theoretisch könnte man ja... Dafür müsste aber der... Oder? Versucht gerade in meinem Kopf, das hübsch aussehen zu lassen. Das könnte gehen. Ich probiere es mal nur kurz, wie das aussehen würde. Wenn man das so macht. Wie sieht das aus? Oh, was ist denn los? Tja, man könnte das so machen und dann... Und dann Dach. Dann hätten wir sogar noch eine kleinere Etage. Oder man macht es oben auch noch begehbar. Das wäre eigentlich auch ganz sick. Dann müsste ich aber das antike Bücherregal ja weghauen. Weil ich da keine Decke drauf machen kann, soweit ich weiß. Ja. Weil das nämlich ein Weg ist. Warum auch immer. Ich finde, eigentlich müsste das gehen. Aber hier seht ihr es ja. Da an der Kante. Geht halt nicht. Gut, dann müssen wir... Warte mal, der Plan wäre, das ja dann so zu machen. Nee. Gar nicht. Stopp. Anders. Das müsste dann so sein. Ach, das geht mir in dem Regal nicht, was zu hoch ist, oder? Ach, leck mich doch. Ja. Okay, warte, ich brauche Licht. Dann muss ich das halt tiefer setzen. Das ist nun jetzt so. Hier. Dann halt so. Boden ist Lava. Ja. Hm, 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 hm. So. Gut. Ich muss das mal setzen hier. Kann ich wenigstens auch mal schlafen gehen. Nein. Nein. Ja. Ja, so. 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 Äh. Weiter. So. So. Und das müsste ich eigentlich mal kurz. Ich mag die Ecke eigentlich. Ist die voll niedlich, ne? Ah, dass die Schränke so groß sind, das wäre echt kacke, ey. Dann kann ich die ja gar nicht mehr sitzen. Und in die Mitte vom Raum ist halt auch so. Hm. Ich meine, wenn ich hier dann frei habe, dann hätte ich theoretisch da auch Platz. Hoch. Hoch. Okay, wie sieht denn das aus? Sind die denn genauso hoch? Ne, die sind tiefer, ne? Haben die denn aber genauso für Platz? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Oder? Scheinlich. Oder. Hä? Aha. Hm. Okay, warum auch immer das nicht geht. Dann nehmen wir halt so einen hier. So. Ja, ich weiß, ich bin gerade nicht kämpfen, aber wir waren den ganzen Tag kämpfen. Ich darf jetzt so ein bisschen bauen. Ich hab verdient, mir zu bauen. So, dieses Holzregal. Wo ist denn das hier? Kann ich das etwa auch nicht setzen? Ich meine, da ist ja Platz. Warte mal ganz kurz. So, testweise. Ich meine, cool würde es ja aussehen, hier hinten in der Ecke. Ich muss das mal kurz setzen, um zu schauen. Da, 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 da. Ach doch, das geht. Na, perfekt. So, platzmäßig. Ja, ist doch okay. Passt zumindestens hier hinten in die Ecke. Wobei ich die antiken Regale schon viel schöner finde. Muss ich sagen. Ich glaube, platzmäßig ist es genau so viel, oder? Oh, ich verhungere gerade. Das ist schlecht. Zu Hefe. Gestorben beim Einrichten. Kann man mal machen. Äh, Bauplan. Armbrust. Das sind hier alles Hüte. Ja. Dann würde ich die Hüte auch alle hier reintun. Stoff, Kleidung und Tracht. Das sind hier auch Klamotter. Moment, hier hast du mitten im Bossfett ausgegangen. Das ist very sad. Und du bist gestorben jetzt, oder? Vermutlich, ja. Was hast du gekämpft? Also, gegen was hast du gekämpft? Oh, no, 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 no. Überladen. Guter Monitor. Oh, man. Wahrscheinlich hast du Dings eingestellt, oder? Dass er sich ausschaltet? Ich rat mal so ins Blaue rein. Ich bin zu schwer. Das ist scheiße. Das ist neu, ich habe noch keinen Plan. Ähm, wahrscheinlich hast du das eingestellt. Äh, vergessen auszustellen. Bestimmt Akku leer. Ja, das ist auch der Akku leer. Pfeife. Der Teil wird draußen, ne? Habe ich hier nicht Metall irgendwo rein getan? Und Leder hatte ich doch hier hinten, oder? Hier, Flambell, mach mal was. Ich brauche jetzt Cola. Hä? Warum kämpfen Lammball gegen Melpaka? Okay. Da ist richtig was los. Äh, ich überlege gerade, dass ich... Dafür müsste ich eigentlich auch mal was bauen.